Schöne, ob irgendwelche Survivoren es aus diesem Rock gemacht haben. Mach deinen Weg nach der Laufbahn und find ein Terminal, wo wir aufhören können. Ich werde dich da rein. Ja, wir werden auch demonstrieren, warum. Ähm... So, dann starten wir mal. Sere spielt grad zum ersten Mal. Dreht so'n bisschen durch. Ich bin Medic, der Trainer ist Techniker und versucht die ganze Zeit, Chuck Matey verzweifelt irgendwo... ...ja, zurückzulassen, indem er Tür zu zweifelt. Du machst Friddy Fire, Juggel. So, Sere ist ein Heavy-Guy. Hau ab, ey! Hau ab! Und, äh, Chuck Matey ist einfach nur ein fucking Soldier. Go, go, go! Ihr habt mich als Medic, also ihr habt... Nur, ihr könnt nur verlieren. Quatsch! Ach, Quatsch! Das war der Beste! Ja, ein Medic, der selber nach Medic ruft. Ah, das macht Sinn. Oh, ne tote Leiche. So, ich entschuldige mich für die... Eine tote... Eine tote Leiche. Ich entschuldige... Ah, Alter! Open the fucking door! Wir haben Sere verloren! Sere! Sere... Also, pass auf. Rechtsklick schießen, rechtsklick schlagen... ...und... ...der Taste ist springen. Z-B drückt halt nicht für die Air-Nodes. Fühle die Leiche! Warte hier! So... Okay... Oh Gott, ein Toter! Ich entschuldige mich... Noch ne tote Leiche. Ich entschuldige mich dafür, dass ich leichter FPS verboten habe. Aber ich möchte dieses Spiel nur zu gerne aufnehmen. Ja, cool, ich bin so cool, ich kann gegen Geländer springen, ey. Wir haben Sere verloren. Wir haben Sere verloren. Wir haben Sere verloren! Sere lost's unten rechts ne Karte! Na gut, aber ich werde mich einsperren. Dann schau, wie wir alle sehen. Wer hat die Stimmen herumgemalet? Okay, Jungs! Sollte der Heavy Guy nicht vorne sein? Batsch! Okay, da kommen schon die ersten. Oh, ein mieser Imba-Schritt hier! Das heißt nicht umsonst Alien Swarm! Und Sere Frinty Fire ist an! Auf die Aliens! Die sollts auf die Aliens schießen! Das sind die mit meistens mehr als zwei Gliedmaßen! Gibt's da unten noch was? Oh Leute, das ist doch ein mieser Raum! Ja, Death einfach! Geht immer da lang! Ja, ich glaub mal jeder! Oh, oh, oh! Hallo! Oh, du sahst so grün aus, ey! Was? Der auf dich schießt! Nein, er hat doch noch nicht einmal... Das ist super! Soll ich mich jetzt geehrt fühlen? Ja, er mag! Ich zeigte, dass er dich mag! Der, der kommt! Ja, Sere kann doch nicht sprechen! Die PDAs sind eigentlich für den Arsch! Ich weiß nicht, warum man die überhaupt gibt! Keine Ahnung! Vielleicht ein bisschen mehr Story in der Runde! Ja, Story in einem neuen Message-Shooter! Das macht Sinn! Oh, die Tür ist zu! Äh, wir haben Sere verloren! Ne, doch nicht! Obwohl, doch! Ich glaube, ich muss alle Türen verschließen, damit er sich nicht mehr verläuft! Nein, die Tür ist verschlossen! Da kommen wir nicht durch! Geht durch andere Türen! Sere, du musst einfach hinterherlaufen! Ich höre sie, aber ich sehe sie nicht! Oh Gott! Töte jetzt, bevor es Eier legt! So! Gut, hier ist zu! So voll gemacht, Crainer! Ja, Wanderl! Äh, natürlich! Ich habe Wanderlisten! Roten, hä? Wir haben immer rotes Visier! Ich bin voll böse! So, hier müssen wir lang! Schau, ich werde jetzt mein Schweißgerät durch ein Schweißgerät austauschen! Boah, du bist so ein... Ich glaube, die müssen wir aufmachen, oder? Ja! Sollten Tod nicht Gebrücken mehr kommen! Oh, hier hinten ist auch noch eine! Mach ich auch mal auf! Ja, such dir eine aus! Ja, ich bin schon eins, zwei oder drei! Und jetzt... Ob ihr wirklich richtig steht? Seht ihr, wenn das Alien da steht? Okay, wir haben eine Fischung! Nein, der war schlecht! Hat das Bessere! Oh, hier haben wir ein Problem! Ah, fickt euch! Ja, auf die Fresse! Oh Gott! Ich krieg hier grad voll auf die Fresse, weil ich die ganze Zeit gucke, wo Seere ist! Seere? Ach, lass ihn! Der kennt sich aus! Ja, der weißt du, was er macht! Glaube ich... Irgendwie... Seere, kommst du her? Hahaha! Ne, nimm mal das, was du gerade mit hast! So, hier lang! Hier oben! Okay, Felix, auf geht's! Ja, wir machen das! Hahaha! Alter! Phil! Phil, mach diese gottverschissene Tür auf! Kein Wunder, dass Serie irritiert ist! Er spielt zum ersten Mal und alle Türen sind zu! Warum geht das denn? Weil ich kann das nicht nochmal aufschweißen! Was? Ey, was? Ich nehm die andere jetzt! Hier ist auch bestimmt kaputt! Heee, geil! Er hat die Tür kaputt gemacht! Das ist ja bei ihr, weil ihr die scheiß Tür kaputt machen müsst! Das ist ja bei ihr, weil ihr die scheiß Tür kaputt machen müsst! Ach so, leu! Aber warst du schnellhaltig! Er schweißt schweißfrei! Ja, genau! Der Gerät schweißfrei! Ich hab meinen eigenen, der Gerät! Hahaha! Er schweißt frei! Er schweißfrei! Vorsicht! Karte! Auf! Ich weiß, wie ich mich davor schütze! Super! Kameradenspeich! Oh Gott! Gib mal den Österreichern irgendwelche Rechte! Weißt du, das darfst du nicht machen! Mach zu, mach zu, mach zu die Scheiße! Wir müssen auf Zero warten! Ach so, da ist ja! Wir sind alle da! Nicht auf, wegschießen! Hier, Bitches! Tür! Tür! Tür ist verstärkt! Weiter geht's! Reloade mal kurz! Nice! Voll dunkel gerade! In dem Raum spendier ich mal Heilung! Oder komm mal hier an die Tür! Komm mal hier an die Tür! Ja, komm mal hier rein! Ähm, ich nehm mal jetzt Händegang wieder! Hätte ich beim letzten Mal gut Rienze geleistet! Du darfst noch reinrennen, Serre! Serre, komm mal rein! Roter, roter Kreis, gut! Richtig! Und dann dropp mal Munition! Weiter, noch ein Stück weiter! Warte, ich mach schon! Okay! Wer immer noch was will, siehst du dann eben auch noch! Ich hab total vergessen, was über das Spiel zu erklären, so am Anfangsbildschirm! Das hol ich nach! Okay! Ja, über die Klassen und so! Das ist eigentlich nicht viel! Äh, äh! Wir haben es selbst noch nicht genau kapiert! Ähm! Äh! Oh Gott, sind wir durch! Ich glaub das war's! Ja, das war's dann! Super! Ich höre noch eins! Weiter! Ja, da kommen zwei! Hinterjungs, ich hab keine Waffe mehr! Ich muss doch nicht kratzen! Ey, er feuert einen Schuss ab und trifft mich! Ich würd grad sagen, er ist durchgehen! Hier, verschließbare Tür! Ich würd grad sagen, er ist die Sahne vorbeigeschaffen! Ja, ja! Lass dir auf den Helden zu spielen! Ja! Okay, wir deffen von vorne! Oh, der fucking awesome! Oh, ich muss kurz nachladen! Sehr deft, Phil! Oh, ich muss kurz nachladen! Gott, äh! Die wollen wir doch echt wieder durchziehen! Du weißt doch nicht mehr! Ich weiß nicht mehr! Ich weiß nicht mehr! Ah, reloading! Sorry, Phil! Ich kann mich verteidigen, sorry! Weil sonst kann hier keiner hängen, oder? Nee! Nein, nur du! Ich bin awesome! Ich bin awesome! Du bist awesome! Okay! Wer hat die Sandwegern falschrum aufgestellt? Wie awesome unser Techniker doch! Total awesome! Wir sind am Arsch! Wir sind so weit, wo du am Sack! Warte, ich hör mich mal irgendwo! Warte, ich hör mich mal irgendwo! Waaaahhhh! Nein! Rubble Style! Oh, schön! Oh, wir sind Binge! Daumen voll ins Rohr! Ich kippe! Gott! Danke, jetzt dauert das Handy an Aufbauen ne Stunde! Bitteschön! Mann, aber gerade noch so, ey! Boah! Ich hab' die gerade hingestellt! Ich hab' die gerade hingestellt! Er stellt sie falschrum! Was ist das denn für ein Techniker, Mann? Das ist ein Hammer-Techniker! Der Typ! Der hat Ahnung! Der hat Ahnung! Der Weg ist doch grundsätzlich zu erden! Es ist für uns alles um Ohren fliegen! Ja, alles gut! Ja, schau dir mit! So! Wo bleibt ihr? Ich wollte meine Schändler nochmal hören! So! Das war die erste Folge! Juhu! Danke fürs Zuschauen! Bis zum nächsten Mal! Ciao! Ciao!